Hey Leute, da sind wir wieder. Ja, letzte Folge war das Let's Play zu Ende, das stimmt nicht ganz. Das mit den Hunden werden wir nachholen, und zwar in dieser Folge. Und zwar als kleines Special hintendran. Ich hab mir jetzt im Silberberg einen Golbat gefangen. Ich denke, müsste ich nicht aufnehmen, weil ein Golbat-Fangen ist keine Kunst. So, das Ding kann jetzt Horrorblick, und das benutzen wir jetzt für die legendären Hunde. Der Trick ist folgender, ich werde mich jetzt, ich werde jetzt gucken, wo die sind. So, erstmal, zack, 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 zack. So, hier ist Raikund Entei, den wir ja schon gesehen haben. Und wir gucken jetzt, wo Entei im Gebiet ist. Entei ist jetzt zwischen Rosalia und Viola. Und Raiko, äh, Entei, ja, Raiko ist da. Entei ist da oben. So, und folgender Trick ist jetzt, ich werde mich nach Teak City begeben. Denn dort kommen die meisten Routen zusammen. Und dort werde ich die, ähm, die Routen so lange wechseln und Häuser und so weiter, bis ich dann irgendwann auf einer Route mit einem legendären Hund bin. Und, äh, ja, wenn ich dann mit einem Hund zusammenkomme, werde ich diese Aufnahme nochmal anmachen. Und dann seht ihr den Kampf vom Fang. Ich versuche alle drei zu fangen, damit wir noch Ho-Oh sehen können. Also, bis gleich im Kampf gegen Entei oder Raikou. Hi, da sind wir. Und wir haben Raikou gefunden. So, Golbert habe ich. Horrorblick habe ich. Und ich hoffe, es klappt. Erstmal einen Horrorblick einsetzen. Ja, also nochmal das Ganze. Bis dann. So. Ich habe gesehen, direkt nach Raikou war Entei auf dieser Route. Und ich hoffe, mit dem haben wir jetzt mehr Glück. So funktioniert das nicht. Okay, Leute. Ähm. Ich versuche es nochmal mit Sleepy und Schlafen. Und dann hoffe ich, dass wir mehr Glück haben. Also, bis gleich dann. Hey. Hier haben wir Raikou. Und ich probiere es nochmal mit der Hypnose-Methode. Also, Hypnose. Zeigt wieder keine Wirkung. Ach, das ist doch alles scheiße. Okay. Ich versuche es nochmal. So. Da bin ich wieder. Und diesmal ist es wieder Entei. Und ich probiere es nochmal mit dem Golbert Horrorblick-Trick. Bitte setz kein Brüller ein. Ja, es setzt mal Clout ein. Nee. Nee, 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 nee. Ähm. Bis. 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 mit dir kämpfen geht noch mal gut ging so und jetzt lass es in den Hyperball gehen das wäre richtig schön Überblick bitte nicht Brüller einsetzen hmm Konfustrahl werde ich nicht einsetzen denn Verwirrung könnte das Entei töten das wäre nicht allzu gut Silberblick hmm Superbella Superbelle ich weiß jetzt auch nicht was ich dazu sagen soll es lässt sich zwar langsam mit sich kämpfen aber fangen lässt es sich nicht ich werde es weiter probieren ich werde es weiter probieren nein auch mann okay wir sehen uns wenn wir noch mal das ente kriegen oder raikou je nachdem also bis gleich irgendwann da bin ich wieder mit raikou und ich versuche es noch mal mit der horrorblick methode tja ist der ist direkt geflohen okay wir machen es so ich melde mich zurück wenn ich beide gefangen habe also ohne dass ihr jetzt den kampf mit bekommt ihr habt jetzt oft genug beide gesehen irgendwann werde ich schon einen reinkriegen und einen von denen fange ich mit dem meisterball auf jeden fall und dann sehen wir uns wieder wenn ich beide pokedex einträge habe und dann kann es losgehen zu hoho also ja ich würde sagen für euch bis gleich für mich bis keine ahnung das kann länger dauern also bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Raikou hängt da unten rum. Okay, ähm, ja, wir sehen uns dann, wenn Raikou gefangen ist. Ich probiere es mal mit Hyperbällen, wenn es nicht funktioniert. Nehme ich einen Meisterball, den ich ja noch habe. Und, ja, dann können wir uns ja sehen für Ho-Oh. Also, bis gleich, nachdem ich Raikou gefangen habe. Hey Leute, da bin ich wieder und wir haben Raikou. Ähm, den Meisterball habe ich mir aufgespart. Ich habe lieber nochmal knapp 20 Hyperbälle draufgeschmissen. Ja, so viel war es circa. Dieses aggressive Pokémon speichert Energie in seinem Körper und entlädt sie, wenn es über das Land streift. So, wenn ich jetzt jeden Kampf aufgenommen hätte, den ich für die beiden gebraucht hätte, dann hätten wir circa eine Stunde Bildmaterial. Das muss nicht unbedingt sein. Wir haben jetzt jedenfalls alle drei Hunde-Pokémon. Und Leute, wir haben noch ein Hyper... Wir haben noch 29 Hyperbälle von circa 80, die wir mal hatten. Und einen Meisterball haben wir auch noch. Und ich denke, damit lässt sich doch leben. Und... Dann fliegen wir auch direkt mal nach Teak City. Golbat kommt wieder aus dem Team raus. Den habe ich jetzt nur dafür gehabt. Und ich nehme wieder unseren VM-Sklaven mit. Hier seht ihr sie auch nochmal. Raikou, Entei, Syrkun, Lugia, Snubull habe ich aus Versehen mal gefangen gehabt. Während ich trainiert habe. Und VM-Sklaven. Und VM-Sklaven. So. Und VM-Sklaven. Gut. Dann kommt jetzt das, was viele von uns erwartet haben. Und zwar geht es jetzt hier rein. Und hier lang. Ja. Wen setzen wir denn eigentlich mal nach vorne? Dino hat jetzt, glaube ich, keine Aquaknarre mehr. Kann das sein. Zerschneiderbiss-Surfer-Hydro-Pumpe. Idom-Saur, was, äh. Ho-Oh ist, äh, Feuerflug. Das heißt, auch Sleepy könnte. Nicht Sleepy, ähm, Flash könnte. Aber der hat Donnerplätze und Donner. Hm. Na, wir sehen mal, wie es kommt. Ich glaube, ich tue Sleepy nach vorne. Einfach nur, weil das Ding Hypnose kann. Und dann gehen wir mal rein. Die ist wirklich schützen. Und schwinge. Und schwinge. Geh nun. So, das passiert in Pokémon Kristall, nur wenn man die drei legendären Hunde hat, die wir mittlerweile haben. Und das hier habe ich so gut wie nie gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es lang geht. Auf jeden Fall sollten wir einen Schutz einsetzen. Habe ich mal gerade so festgestellt. Dann tun wir das doch. Schutz. So. Was haben wir hier? Hyperheiler. Ich werde den zerstückelten Part mit den Hunden und hier mit Ho-Oh alles zusammen in eine Folge schmeißen. Das wird dann die Special Episode mit dem legendären Ho-Oh Kampf. So, müssen wir hier hoch oder müssen wir drüben hoch? Ich gehe einfach mal hier lang. Ich meine wir müssten hier lang. Oder auch nicht. Einfach mal ausprobieren. Also ich weiß jetzt, ich habe jetzt keinen Plan, wo wir hier lang müssen. Ich gehe einfach irgendwie mal. Deswegen, das könnte sich hier ein bisschen hinziehen. Und ich weiß, dass es ziemlich kompliziert war, hier lang zu laufen. Hier geht es wieder runter. Einfach mal alles mitgenommen, was hier rumliegt. Hier waren wir. Hier waren wir also schon. Gibt es noch einen Weg hier lang? Da sind wir hoch. Wie wäre es, wenn wir einfach mal hier lang gehen? Da geht es wieder runter. Ne, hier liegt es nicht lang. Okay. Dann gehen wir doch einfach mal da runter. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Kann das sein? Hmm. Hmm. Okay, hier geht es also nicht weiter. Schutz wirkt nicht mehr. Wir haben ja noch ein paar. Und das könnte noch ein bisschen dauern, bis ich hier durch bin. Aber das macht ja nichts. Ihr wollt ja sowas sehen. So, gehen wir hier hoch. Gehen wir hier einfach mal komplett runter. Und gehen hier hoch. Und merken dann, hier ist eine Sackgasse. Okay. Und hier ist auch eine Sackgasse. Also, wir müssen hier hoch. Hmm. Ist das richtig, wie ich gehe? Sieht irgendwie mal gerade nicht so aus. Das war auch wieder falsch. Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir hier oben schon lang gegangen? Ja, sind wir. Ja, genau. Sind wir, sind wir. Okay, der einzigste Weg, wo es weiter geht, ist diese Treppe. Und von hier aus müssen wir irgendwie wegkommen. Am besten so lang. Das scheint irgendwie falsch gewesen zu sein. Ich weiß auch gar nicht, wo wir überhaupt hin müssen. Wenn ich das wüsste, wäre das so einfach. Kann es sein, dass wir da unten ins Eck müssen? Also, ich meine hier runter. Könnte das möglich sein? Nee, kann es nicht. Okay. Da unten geht eine Treppe runter. Okay. Hier geht eine Treppe runter. Hier geht's nicht lang. Irgendwie ist das sehr verwirrend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier lang müssen. So, hier haben wir die Qual der Wahl. Was im Unklärschluss heißt, dass wir schon wieder falsch sind. Weil's hier nirgends weiter geht. Aber wo müssen wir dann hin? Hier mal nicht. Man, irgendwo muss es doch noch eine Treppe geben, die uns nicht hier irgendwo in die Bredouille bringt. Hier ist aber sonst nix. Hier gibt's nur diese Leiter nach oben. So, und von hier aus müssen wir weiter. Und hier geht es mal nicht weiter. Und auch hier geht es nicht weiter. Und drüben, also oben rechts, ist keine. Das heißt, hier muss es weitergehen. Hier muss es weitergehen. Ich weiß nur nicht, wo lang. Ich geh einfach mal hier runter. Was natürlich auch wieder falsch ist. hmmm. hmmm. So, passt mal auf. Ich geh jetzt mal hier lang, dann da lang. Und dann sieht's hier schon wieder anders aus. Okay. Ich glaub, jetzt hab ich mal den richtigen Weg gefunden. Wird auch Zeit, ne? Was ist hier? Sieht komisch aus. Hmm. Ich geh einfach mal, wie ich das denke. Schutz wirkt nicht mehr. Hier sind eindeutig viel zu viele Items. Ich bin jetzt mal. في metal. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. So, was ich wieder? Da ist bitte. Thelicke. Dann guckee. Frag mich nicht wieso, aber ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, wir sind auf dem Dach angekommen. Ich speichere hier nochmal ab. 50 Stunden. Das kommt vom Speeden. So, dann lasst uns doch anfangen. Moment, ich habe doch eh noch den Meisterball. Den habe ich ja ganz vergessen. Und ich mache mir Gedanken um meine Kampftechnik. Okay, das wird ein ganz epischer Kampf. Tja, gucken wir mal, ob er reingeht, ne? Da war der Zinnturm um einiges schwerer als Ho-Oh, wenn man sich den Meisterball aufhebt. Ho-Oh wurde gefangen. Es wird sich dem Trainer offenbaren, der rein Herzens ist und ihm seine bunten Schwingen zeigen. Möchtest du Ho-Oh einen Spitznamen geben? Ja, ich möchte ihn Oh-Oh nennen. Tja, Leute, da stehen wir nun auf dem Dach des Zinnturms, haben Ho-Oh besiegt und ich glaube, es gibt keinen epischeren Ort, das Let's Play zu beenden als hier. Außer natürlich im Schlussbildschirm, wo Ende steht. Aber okay, ja, Ho-Oh hat eine niedrigere Fangrate als Lugier, habe ich das Gefühl. Was aber Poké-Wiki bezweifeln tut. Aber ich finde, Lugier lässt sich besser fangen als Ho-Oh. Deswegen der Meisterball noch aufgehoben und versucht die legendären Hunde mit Hyperbällen zu fangen, was hier auch geklappt hat schlussendlich. Aber ein paar Hyperbälle sind dabei draufgegangen. Ich würde sagen, macht's gut, danke fürs Zusehen. Das hier war jetzt noch eine Special Folge, die nach dem offiziellen Schluss kommt. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auch Special Folge nennen oder sowas. Oder einfach nur Special Ho-Oh fangen oder... Egal, ihr werdet es schon sehen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr auch diese Folge noch geguckt habt. Hat sich... haben sich ja noch ein paar Stück gewünscht, dass ich dann Ho-Oh doch noch fange. Obwohl ich's ursprünglich nicht vorhatte. Aber nun haben wir's gemacht und... Ja, ich bin ganz froh drüber... Dass ich mir noch einen Golbert gefangen hab. Und die zwei Hunde, Entei und Raiku. Damit wir Ho-Oh fangen können. Und nun gibt es wirklich nichts mehr zu tun, was wir in Kristall hätten tun können. Außer vielleicht das Alf-Rätsel, aber dazu hab ich jetzt wirklich gar keine Lust mehr. Ähm, das sind eh nur noch vier Puzzles zu machen. Äh, damit man alle Icognito fangen kann. Das war's dann. Und das muss man nicht unbedingt tun. Also, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Das kommt bestimmt. Und ja, macht's gut, Leute. Tschüss.